So ihr kleinen Riesendinger, jetzt gibt es gleich eine kleine Überraschung. Wollen wir mal sauber machen bei euch und ein Jugendzimmer bauen? Mal gucken wie ihr das findet. Geht gleich los. Seid ihr kurz versteinert? Das finde ich gar nicht schlecht. Passt mal auf, ich packe euch da mal mit eurem ganzen Gedöns kurz zwischen. Mach oben noch ein bisschen sauber und baue schnell ein Jugendzimmer ein. Einverstanden? Ihr sitzt einfach nur still. Das wäre jetzt die beste Idee. Ich beeile mich. So ihr kleinen Süßigkeiten. Ich habe fertig gebaut. Uiuiui, jetzt kommt die Überraschung. Ich hoffe es gefällt euch. Wer möchte zuerst? Chili möchte zuerst. Okay, sage ich jetzt einfach mal so, weil du vorne stehst. Okay, es geht los. So du kleiner süßer Rübenschatz. Können wir? Juppiduppidu. Achtung. Einsteigen. Uiuiui. Wenn sie mal schauen wollen. Ein Jugendzimmer. Ich hole schnell Geschwisterchen. So, schon ist die. Ein Stückchen erstmal noch da. Prima. Jawohl. Macht ruhig. Ja, coole Sache, ne? Gleich ein bisschen Übungskörner mit dabei. Du fängst sofort an. Ich wollte eigentlich schnell noch die Dauerkamera aufstellen. Ihr Süßen. Prima. Prima. Kannst du ihn aufregen, ne? Okay. Dann hole ich mal schnell die Dauerkamera. Bitte esst nicht bis dahin alle Körner auf. Ich würde schon gerne auch noch was davon sehen. Okay? Wurschtel, wurschtel, wurschtel. Gut. Gleich wieder da. Ja, toll macht ihr das. Große Kinderklasse. So sieht man aus. Magst du mal gucken gehen? Deine Riesenkinder haben ein neues Zimmer. Gehst du da mal bitte gucken? Und zeigst mir, dass das für dich auch okay ist? Wurschtel, wurschtel. Falsche Richtung. Juppidu. Ne. Das ist ja so nicht das richtige Zimmer, weißt du? So, komm. Geh mal rüber. Super. So. Geh mal zu deinen Kitties gucken. Na los. Huschi husch. Jawohl. Da lang. Sehr gut. Jetzt. Scheiße. Gut. Da staunst du, ne? Ja, wie cool, ne? Chili, du musst jetzt nicht sofort aussteigen. Könnt ihr nicht so ein, zwei Tage das Jugendzimmer noch genießen? Macht dir so toll. Susi, herzlichen Glückwund. Hast du so toll gemacht mit den Babys. Ja, guck, was die schon können. Ich habe eine Taube auf dem Kopf. Wie kommt denn das? Cool, ihr Mäuse. Gefällt es euch da? Ja? Okay. Dann geht diese nervige Frau schon mal wieder raus, ne? Ja. Ihr habt, glaube ich, zu tun. Super, prima, klasse, toll. Bin sehr stolz auf euch.